Leiter? Mach ich mir hier eine Leiter hin oder eine Treppe? Ich weiß nicht. Ich glaube, hier mache ich kein Fenster, weil das würde ich wahrscheinlich sowieso dann zubauen. Dann mache ich mir jetzt lieber hier so einen Treppenaufgang. So. Genau so. So, hier rauf. So, dann geht es hier weiter. So, dann ziehe ich hier mal eine Decke ein. Oh, es wird dunkel. Dann kann ich ja gleich wieder auf Zombie-Jagd gehen. Sofern ich denn dann welche finde. Dann kann ich wieder ein bisschen leveln. Leveln. Aber ich mache hier, wo sie meine Fackeln, da mache ich hier direkt schon mal Beleuchtung rein. So, mal hier. Da. Da machen wir auch ein hin. Da. Und da. Kann mir hier schon mal erstmal nichts passieren. Hoffe ich. Moment. Ah. Ja, hier muss ich aufpassen. Hier darf ich ja nicht zu viel zu bauen. Das komme ich hier hinterher nicht mehr die Treppe rauf. So. Hier so ein Loch lassen. So. Können wir hier ruhig zu machen. Dann gehen wir jetzt erstmal da gleich pennen. Weil. Wie gesagt, im Dunkeln habe ich hier keinen Bock rumzulaufen. Es sei denn. Moment. Ich gehe jetzt noch mal ein paar Zombies. So. Kommt mit. Wir gehen jetzt mal kurz auf Zombie-Jagd. Ah, Tommy. Yeah, juhu. Juhu. Noch mehr. Ja, so kann man sich auch steigern. Los, ihr Hunde. Wo seid ihr? Boah, das gefällt mir aber echt gut. Ey, was hat denn? Der will mir doch wohl nichts klauen, oder? Los, steh ab. Puff. Hä? Ist da noch einer? Jo. Ist das der Schleimball? Ich werde später rausfinden. Ey. Wo sind jetzt hier so viele davon? Wir wollten mir doch nicht wohl alle mein Haus hier kaputt machen, oder? Ey, was ist das denn? Schweine. Moment. Mein Hund? Kaputt. Das ist doch wieder so einer. Ist das so eine Art Ghost? Was klaut der mir denn hier? Lass dir nicht einfallen, dass mir irgendwas klaut. Ja, juhu. Ja, juhu. Aber er war ein und derselbe. Okay. Meine Hunde sind tot. Meine Hunde. Ich muss mir neue besorgen. Und dann mache ich das halt. Ah, Tommy. Ich mache die alle. Gammelfleisch. Gammelfleisch-Skandal. Oh, ist ja. Was ist da denn? Ein Creeper. Ich mache dich alle, du 0. Noch einer. Was ist hier einer? Spinner. 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 Finde ich doof. Finde ich voll doof. Schlafen gehen. Oh, ist das cool. Mit einer geilen Bank. Zack. Vielleicht sollte ich mir auch eine Küche bauen. Ender-Perle? Aha. Gut. Da muss ich dann auch mal bei Zeiten gucken, was man damit macht. Auch hier zusammen. Come on. Ja. Erstmal schlafen gehen. Na ja, machen. Oh, ich muss gleich was essen. Sonst verhungere ich noch. Verhungern ist doof. Aber ich habe hier in meinem Inventar lecker gegrilltes Fleisch. Moment. Kann ich hier noch ein essen? Ja. So, was höre ich hier? Mal schön Tür zu machen. Schwer. Tür zuzieht. La, 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 la. Oh, Knochen. So. Ich habe mir überlegt, dass ich da mich hier nicht runterfalle, werde ich jetzt mal hier den Zaun wieder hinstellen. Hey, das glaube ich jetzt nicht, ne? Kann doch nicht wahr sein. So eine Scheiße hier. Der hat mir doch tatsächlich hier meinen, meinen... Verdammte Creeper. Alter, ich habe hier so schön gebaut. Du machst mir alles kaputt. Hm. Super. Die wahren Helden. Steine? Ja. Ich wollte doch hier mal eine Tür hinbauen. So, Tür. Da ist alles gut. Doch. Mache hier wieder eine Fackel hin. Da in die Ecke auch. Soll alles hell sein. Ja. Wie kommt dieser Scheiß Creeper überhaupt hier rauf? Die sollen hier oben nicht rumlaufen. So, dann will ich hier nicht runterfall. Ach, ich brauche noch mehr Zaun. Mist. Ja, jetzt baue ich erst mal Glas hier ein. Ich habe ja Glas dabei. Ich könnte mir natürlich auch den Mod installieren für Better Grass. Äh, nicht Better Grass. Äh, besseres Glas. So. Nur, ich hatte bisher auch noch keine Lust, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Weil ich gelesen habe, das ist nicht so einfach wie mit dem normalen Mod. Nein, da kommt schon wieder so ein blöder... Nein, 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 ich explodiere. Nein, nein. Ach, Gott sei Dank. So, Moment. Ich muss verhindern, dass die hier rüber... Hier rüber reingelaufen kommen. Ach, jetzt erstmal besorge ich mir jetzt ein bisschen Material. Dann mache ich mir da einen Zaun hin. Ich glaube, grab die Ecke auch ein bisschen weg. So, Holz. Holz, 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 da. Holz. So, jetzt mal wieder hier so ein Zaun basteln. Ne, da ist ein Leiter. Scheiß, wir gehen nochmal in der Zaun. Verdammt. Ne, jetzt auch... Leiter, verdammt. Wir gehen in der Zaun. Scheiße. Ah, okay. So, 10 Zaun reicht, glaube ich, erstmal. Wollte ich noch Treppe. Kriege ich mir jetzt direkt hier eine Treppe basteln. Und ich kann direkt wieder ein bisschen Stein mitnehmen. Ich will ja noch ein bisschen weiter bauen. Pflasterstein, Kies. Na gut. Erstmal das. Ansonsten muss ich dann wieder Stein abbauen gehen. Meine Blumen. So. Mal erstmal hier kloppen. Ach, scheiß. Jetzt sind solche Schaufel nicht dabei. Egal. Erstmal ein Zaun hier hin machen. Zaun ist geil. So. Ich kann das ja so machen. Da hat ja keiner herzulaufen. So. So. Ja. Bei Gelegenheit werde ich mir da noch mehr machen. Und hier außen auch noch ein paar Fackeln hin machen. In der Optik. So. Wichtens einigermaßen aussieht. Voll die Fackeln vorbei. Scheiß, jetzt hätte ich mir auch eine Tür bauen können. Egal. Egal, was soll's. Mal erstmal hier die Stufen hin machen. Nein. Falsche Stufe. Verbaut. Neun. So. Okay, das ist jetzt aber doof. Sieht jetzt blöd aus. Könnte ich das ja eigentlich hier... Mache ich eine schmale Treppe hin. Ist der Raum auch größer. So. Wenn wir hier so eine schmale Treppe hin machen. Ist ja auch nur ein schmaler Turm. So. Machen wir hier wieder zu. So, dann bauen wir doch mal munter weiter. So, da brauchen wir hier. Geht wieder weiter hier zu. Äh, ach so. Schon verbaut. So, dann machen wir dann oben, so ganz oben drauf, mache ich mir so einen Glaskasten. Einfach nur einen ganzen Glaskasten. So, dann könnte ich ja hier... Ne, wie war das denn jetzt hier? Ach, komm ich da ja durch? Ne, shit. So, muss ich herein theoretisch. Muss ich da jetzt hier höher bauen. So, wie mache ich mir das denn jetzt hier? Ah, mache ich hier am besten die Treppe dann zum Hochlaufen. Könnte ich das hier eigentlich auch ganz weglassen? Uah. Wenn wir da einfach nur so einen Zaun hier machen, damit ich da nicht runterfalle. So. Geht auch. Und hier mache ich mir dann wieder Treppchen hin, damit das wieder weiter geht. Aber, jetzt bauen wir erstmal hier. So, wie war das denn hier mit den Fenstern? Wie habe ich die denn gebaut? Ah, da. Mach mal da eins, so, eins, zwei.